RK Gaming! Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen auf meinem Kanal und die Bologna gegen Turin! Ode, naja, wir spüren ja, ich sag euch die Wahrheit, muss schon mehr normale Neustadt und die Aufnahme neu beginnen, weil, ja, immer wieder... ...völlig unverwohntes Spiel. Einmal hat nämlich... ...Klasse dieser Wolle, tolle Schusstechnik, am Ende knapp! Ja, das war zu gut, aber... ...wie sie in Angriff zum Tor gestartet haben, war der nachspeziert schon längst vorbei. Matthias Zwanberg... ...raschiert einfach... ...da gewinnt er den Zweigern. Was dürfen wir Andrea Belotti im heutigen Spiel zu brauchen? Oh, na, 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 na... ...in der Liga hat er immer getroffen und das erwarte ich heute auch von ihm, diese Torgefahr. Und ich bin einfach immer benachteiligt. Dieses Buden. Ich hab's so oft aufgenommen. Kommt jetzt die Flanke? Ich muss immer wieder neu starten, weil ich immer so hart benachteiligt werde. Ich denke, das kann ich nicht online bringen. Antonio Sanabria! Und hier trifft er nicht! Oja, und meine Spieler haben den besten Schuss, die man sich noch vorstellen kann, die ganze Zeit der Nebenschuss. Ja, da müssen sie aufpassen. Äh... Also... Mit Disco-Fallwart dann weiß ich auch nicht weiter. Den Helder! Die Chance! Der ist nicht drin! Kommt jetzt aufbringen! Die Ante vor der... Das könnte ein Tor an den Enke gehen aus. Das kann ein Enke noch nachbringen. Die Leute... Das macht er stark, aber kein Problem bei diesem Enke. Das macht schon ein wenig was von dem Spiel. Und ich reg' mich noch vor allem die ganze Folge lang auf, weil der Spiel so dumm ist. Das... Ich möchte das sicherlich auch nehmen. Jetzt kann die Flagge kommen. Aber jetzt so! Nee, nee, nee! Keine echte Gefahr bei diesem Kopf war. obwohl man sie auch immer richtig auf pass wird abgefangen genauso wie die richtig gut aus aber der abschluss zu schwach weiter das ist einfach mal die eine seite auf mein gegner auf den und schießt lockert wochen ja das ist unsere taktik kassiert jose breckerlo gute möglichkeit da ist die führung und sie haben es ja total überlegen war das ist denn hier schon wieder los jetzt könnte das ich bin immer die ganze zeit benachteiligt nicht das tor weiter nur ein torführung auf dem flügel ist jetzt platz immer wieder eine höhere schwierigkeit geben ich glaube für diese aktion sie der geld das ist korrekt es gibt geld gibt vielleicht nicht jeder aber geht in ordnung arnautowitsch erst viel steil das gibt es doch gar nicht das alles nach dem ausgleich aus zwei flieber doch zeigt dann gleich auch bald keine kraft mehr mich aufzuregen sie gehen dazwischen ja ja ohne große mühe den ball abgefangen das ist der pausenpfiff nach der ersten hälfte liegen da vorbeischießt alle sind bereits die 2 und diese spiel und er ist eigentlich schon wieder so hart auf sie haben durchaus platz auf außen jetzt sieht er in die mitte roberto soriano jetzt hat er den ball sie können natürlich den ball wenn man mal pass war hier wieder großartig verteidiger sieht vielversprechend aus auch gefährliche szene ich bin im spiel hat uns nichts ist natürlich klasse für die zuschauer daheim das ist eine richtig interessante partie da sieht man wieder was wir haben wozu der antritt die abwehr am ende muss man nicht sagen macht los Tor aber wechseln wäre ich schon gerne die bäscher so geht das nicht wer der das macht und hicke doch nicht gerade richtig gutes spiel er wechselt wenn die beiden auswechseln und damit alles am anfang er hat zwölf durch meinen ball aber macht es das ist ein bisschen raus mit viel auge holen sie sich da den ball klasse viel druck da hinten und wenn ich sage was ich drehe um dann braucht er immer ewig soriano nacken ja geht gut dazwischen also aber den ball nicht einfach am gegenspiel vorbeispiel halbe stunde noch dann ist das Spiel vorbei intelligent sollte im spiel dann doch drin sein die zöchel peter sehr gutes abspiel er zieht ab er kann abwehren aber der ball weiter im spiel komm bitte bleib im spiel ja 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 genau da ist die flanke und da haben sie den ball dieser torwander ist aufgeregt im moment sieht es ganz gut aus sie erarbeiten sich chance um chance aber die chancenverwertung da hapert sie warten auf die führung klasse aber weiterhin gefährlich das tor aus kurzer distanz und technik das sind die breiten hier ist noch alles drin ja die szene macht alles schrägte sehr wieder das klasse was torina war ich auch noch mal auf das tor nimmt die kurze ecke und da rechnet nicht jeder ist der ball aber das ist clever gemacht ein schönes tor das ist der wahnsinn was für comeback qualitäten jetzt haben sie ausgeglichen das könnte die chance werden mag das tor ball geklärt das wäre sonst keine so schlechte möglichkeit gewesen kurz zum nächsten spiel des fc turin ja es geht gegen hellas veroda im nächsten spiel in der italienischen liga das wird kein spaziergang sie schalten auf angriff um das ist wohl die letzte chance hier doch noch als sieger vom platz zu gehen helft ja sechs minuten sind auch zu gehen chance zum konter jetzt da jetzt müssen sie aufpassen da wäre der platz um zu flanken ja genau so weit und jetzt erleben wir den wechsel ecke kommt ins zentrum er passt auf und den block der wieder super ab letzte aktion ja so ob der jetzt abfall komm sie haben nach wie vor immer mal wieder hinten probleme auch heute ja genau es ist so quatsch zählt euch dieses tor an was macht mein verteidiger jetzt macht dann jeder nicht in zweikampf und der abschluss der ist dann auch völliger quatsch also nehmt es mir nicht übel, weil es das so simuliert, dass ich gewonnen habe und das darf man mir in dem fall auch überhaupt nicht übel nehmen also das ist ein witz so wir sehen uns in der nächsten folge die ist etwas kürzer ja voll schön die ist